Denn immer in der Geschichte der Menschheit folgt auf Überwachung auch Kontrolle. Es bleibt niemals nur bei der Überwachung. Am Tag werden allein in Großbritannien 600 Millionen Telefongespräche gespeichert. Das sind auch eure Gespräche. Eure Patientenachten werden gespeichert. Alles im Strich. Deswegen sind hier wir, wir sind die Bürger von der Welt. Und Freiheit weg. Deswegen, weil sie sagen, ihr seid alle Terroristen. Eine Botschaft bringen. Vielleicht einmal mit dem Konsul sprechen. Gut, ihr könnt das auch einfach bei Facebook posten. Die Amis bekommen das sowieso. Sie sind gesauer, genau wie ihr. Oder? Ich habe dieses Jahr schon 50 Terroranschläge verhindert. Ja, habt ihr richtig gehört. Ich? Aber ich kann euch leider keine Details nennen. Die Details sind nämlich alle geheim. Ich darf euch das leider nicht sagen. Wir sind die Mitmachpartei. Wir sind die Mitmachpartei. Auch nicht? Wollt ihr nicht wissen? Ja, Mama. Habtum, auch. Das kann ich verstehen. Würden wir euch mal fragen, ob ihr was über Prism wisst? Italienische. Ah, Italiener. Ja. Also, hunderte, tausende von E-Mails abzuchatten auf der ganzen Welt. Würden Sie das für gut halten? Nein, gar nicht. Nicht? Und sind Sie der Meinung, dass das unser Bundesnachrichtendienst übernehmen sollte? Da kenne ich mich noch gar nicht mit aus. Okay. Egal was passiert. Egal was. Ich glaube nicht, dass sich etwas ändert.